Ich bin der Maurice Sacher, bin 17 Jahre alt und bin momentan im zweiten Lehrjahr zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung hier in der Ently Data Business Services. Ich arbeite in der SAS, das bedeutet SAP Application Services, und mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich um 8 oder um 9 mit der Arbeit beginne, dann Rücksprache mit meinem Ausbilder halte über die Aufgaben, die an dem Tag anstehen. Und es kann natürlich auch sein, dass man im Laufe seiner Ausbildung in anderen Bereichen oder Abteilungen ist, was ich sehr befürworte, da man so das ganze Unternehmen kennenlernt. Das heißt, es kann auch mal sein, dass man andere Aufgaben hat, als man nur in seinem eigentlichen Team hat. Woher ich NDBS kenne? Naja, das ist, glaube ich, schon eine kleine Geschichte. Denn damals, wo das Haus renoviert wurde, hier in Dobritz, bin ich mit meiner Mutti immer vorbeigefahren und zum Zahnarzt gefahren und habe gesagt, Mutti, irgendwann möchte ich mal dort oben in diesem Hochhaus arbeiten. Und Gott sei Dank ist es auch so gekommen. Ich habe mich hier beworben und wurde auch direkt zum Bewerbertag eingeladen. Mein Bewerbungsprozess verlief so, dass ich mich ganz normal bei der NDBS beworben habe, damals noch intelligence. Dann wurde ich zu einem Bewerbertag eingeladen und wir haben eine kleine Präsentation über das Unternehmen bekommen, mussten einen kleinen Test schreiben und wurden danach zu Einzelgesprächen eingeladen. Was NDBS für mich ausmacht? Ich denke, die Arbeitsatmosphäre und vor allem der Umgang miteinander. Denn der Umgang ist nicht nur kollegial, sondern auch freundschaftlich oder gar familiär. Und das ist das, was mich in ja schon so einem großen Unternehmen sehr fasziniert. Und ich denke, das ist genau das, was NDBS für mich ausmacht. Der Umgang miteinander.